so ein hässlichen Kerl sehn, naja egal genau so ein hässlichen Kerl sehn und damit herzlich willkommen hier zu PP Play und wie ihr seht, wir haben ein neues Spiel am Start mit dem Brennan hier da hat er auf dem Maul hey und äh ey ey ey, nicht umbringen hässlicher Penner ja und wir spielen die Sonne reflektiert voll mega krank in diesem halb nassen Sand ey ja das ist geil ne ja wir spielen das ist ein cooler Effekt aber ist schlecht zum Spielen ja ok jetzt halte ich die Fress wir auch rauf wir spielen ARC auf nem eigenen Server und äh dass wir nicht gestört werden von anderen Spielern und so weiter und wir haben auch nicht wirklich alles was man hier tun muss ja ich auf jeden Fall nicht ich muss nochmal die Option ich muss den Ton nochmal leiser machen ey ich muss den Ton auch mal grad ein bisschen leiser machen hab ich gemerkt das ist ein bisschen bisschen viel wenn der gegen Bäume schlägt und so ist es geht schon richtig ab mega laut ey ok hier sind doch immer so Steine die man sammeln kann ne ja damit mit E ne da musst du aber Hände frei haben du darfst nicht ja ich wusste gar nicht wie ich zurückkomme auf Hände aber da muss man glaub ich Q oder so kannst du Q ja oder nochmal dieselbe Sache auswählen die du in der Hand hast ah ok da hätte die ganze Zeit ich hatte dann die Spitzhacke hatte ich ja und dann habe ich es mit 1 und 2 und so versucht wo halt nix war ja guck mal hier hat der Dino der ist friedlich der mit dem Haken am Kopf ja die rennen schnell da habe ich beim ersten Mal voll Panik gehabt aber die tun nix wenn du die angreifst die hauen immer ab hier dieses diese kleinen Pflanzen kannst du auch sammeln ne ja wo die Bären drin sind ne genau Bären und auch so Fasern sind da drin ja auch mal für Klamotten ne der ist gedrückt halt? ja ja du brauchst halt nicht nur für Klamotten auch für die Werkzeuge brauchst du das das weiß ich nicht ich hab ja nur ne Spitzhacke eben gebaut ja also ich baume jetzt erstmal ne Spitzhacke auch hier sieht man übrigens mal einen schönen Charakter also ich bin ein echt ganz netter Typ also ganz wie im echten Leben halt ne muss man äh alles äh ähm hatte ich jetzt schon ein Level Up? ne kann ich trotzdem Punkt verteilen? eigentlich erst noch ein Level Up achso Level 1 ähm diese Skillsachen müssen wir die alle erlernen? also beide? wenn du die lernst werde ich die nicht haben vermute ich mal ich weiß das aber nicht genau ok ich hab ein Level Up das ist ja nur die Frage weil so was wie ein Campfire zum Beispiel das bräuchte man theoretisch ja nicht beide ja kann man ein bisschen aufteilen natürlich klar wenn du Campfire brauchst ja weil ein Campfire da braucht man ja nicht ich würde jetzt aber erstmal auf jeden Fall den Speer machen ja den Speer mach ich jetzt auch weil den brauchen wir ja eh beide und dann würde ich glaub ich die Axt auch nehmen oder? ja ja oh da kommt ein Dino macht ja weil das sind ja Sachen die brauchen wir ja unbedingt hier ist ein Kotzdino Vorsicht ne rechts nehmen uns ich glaub wenn du dich nicht bewegst sieht der dich doch sieht dich wo ist der denn? hier am Baum oh der hat mich angekotzt ach da hinter dir ist noch einer oh ne da hält mir mal ich bin halt auf dem Weg ich hab aber auch keine Waffe ich bin da noch nicht zu gefallen ich seh den nicht ich seh den zwei nicht der ist hier bei mir also ok das geht ok dann nochmal weiter drauf fahren kriegst du Leder und so raus aus den Leichen ok und falsch ich guck mit dem Päust einfach? ne mit dem Werkzeug ja ich hab ja noch kein Werkzeug du Tröte ach so warte mach ich das ja warte ich muss ja eh gleich na gut egal mach mal äh wo bau ich denn jetzt? der lebt doch noch bei mir der ist jetzt erst gestorben ach so der war bewusstlos ich hab ja auch keine Waffe in der Hand ach wenn der bewusstlos ist kannst du die T-M-Tamen hier so so wie heißt das hier? Z-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M gibts ein Hotkey für Crafting-Menü? weißt du was? ja ein Hotkey für das Crafting-Menü du Pflaume ähm ähm scheiße dann der soll pfeifen gibt es das oder nicht? ja gibt es in den Options kannst du das sehen warte mal äh Crafting-Menü Paul da hattest du ein paar Berries rein ey Ehm mit Z kannst du kacken ne? was weißt du mit Z kann ich kacken ok ja hab ich auch schon hab ich aber nicht gedrückt der ist dir grad hinten raus gefallen das sah sehr witzig aus ich hab soenleiter wirklich Sagen wir nie ganz so gut sehen aber erstmal aufheben die Scheiße warte ich muss noch mal was futtern hier irgendwie Ja ist ja nicht schlimm ich fange nur ein Maurer es war ja nur densitom so machen wo ich gerade im menü bin klar ich kann auch mal die bären nach unten legen und hat mal was zu essen das rohe fleisch kannst du zwar essen das ist aber nicht so gut dann also das hat schon gesehen was denn wir haben einen sattel ja das ist aber nicht das ist kein sattel das ist nur so auch den hut ding kann sich anziehen das ist nur ein skin wenn du so eine kopfbedeckung gebaut hast kannst du den hut dann darauf packen dann hast du so gut an ich denke wir sollten erst mal gucken das war zeug sammeln genug ja denke ich auch und dann level abkriegen das war und stegosaurus greift er uns an ich glaube nicht die die spitzhack ist für bäume wenn du brauchst dann haust du mit der spitzhack hier machst du mehr rinde ab und mit dem anderen mehr holz also ist mir so aufgefallen ich schätze mal ob dazu gewollt ist weiß ich nicht aber das funktioniert zumindest so ich bin hier oben noch oder ist ein da ist ein mega löser aus im wasser kommt mit der ist ein fetter ich weiß gar nicht wo du bist da sind zwei sogar boah ist hier oder schon wieder so ein spucker wo bist du bin wenn du aus dem wasser rauskommst rechts von dir scheiße ich sehe dich nicht schwer ich bin bei dem stegosaurus wo bist du hier bin ich ach da ok jetzt sehe ich dich wollte den daumen hacken dann kam der spucker an ich habe im osten schon stück frei da habe ich mal gespielt da bin ich ein bisschen rumgerannt und habe doch mal ausprobiert im single player die map bleibt irgendwie gleich was nicht die macht er nicht weg das sieht ja nicht aus aber man da sind da sind raptoren da soll man nicht hin das sind keine spucker die sind noch eine nummer größer glaube ich kann ich gar nicht sehen das ist viel zu dunkel hier wo bist du jetzt hier am wald hoch links von dir links ist von dir ich sehe dich nicht viel zu dunkel gut zusammen wird noch dunkler wenn das wenn die nacht jetzt ein richtig da hinten in die richtung ich jetzt guck das ist doch kein raptor das ist so einer mit so einem rückigen kopf wenn du das sagst ja das ist ja das noch so allosaurus und so die sind mega groß also die sind scheiße wird noch dunkler bei mir noch nicht noch mal rein du musst auch kein beim sammeln dein gewicht aufpassen rechts in der leiste da hast du ja so wieder gekackt nö das hörst du dann furzt er doch ja hab ich ja achso hab ich nicht gehört ne ähm rechts in der leiste hast ja dann dein essen wann du wann du essen musst deine energie deinen lebenspunkte und so und bei dem ähm gewicht das ist das was du tragen kannst du bist irgendwann halt voll dann bewegt er sich auch nicht mehr hast du mir zugehört ja ne wo bist du schon wieder einfach zehn meter nach vorne gegangen oh scheiße will ich nicht aber du bist da unten gewesen unter dir ich bin über dir jetzt bin ich direkt hinter dir ah da boah krass du gehst da voll unter ey in der dunkelheit ja ist wegen geblieben was heißen denn die symbole ich kenn das ja gar nicht achso pass auf das oberste ähm das weiß ich auch nicht das plus mit dem pfeil nach oben ja ähm das andere ist das gewicht was du trägst das siehst du auch im inventar glaube ich das wird aber voller ne also wenn das komplett bunt ist dann hab ich zu viel ja da unten ist ein raptor oder so ein Viecher und Spucker dann der tropfen ist Durst da kannst du einfach ins wasser gehen bis der kopf unter wasser ist dann füllt sich das wieder auf ok das fleisch ding ist das muss voll sein ne ja am besten muss nie immer voll sein genau wenn er voll ist bist du nicht mehr drüssig das gewicht ja nicht das gewicht ist wenn er voll ist kannst du nicht mehr gehen dann stehst du ja ok ja und was ist die keule da oder was das ist hunger ne ja was auch da unten ist das wird auch leerer ne mit der zeit denke ich genau da sind zwei von den Viechern Vorsicht da unten da gehen wir nicht hin dann hab ich hunger und Durst das ist da drunter Stamina oder sowas das geht da drunter Gesundheit das klar genau das sagt jetzt hier von selbst das erste oben weiß ich jetzt aber gar nicht das ist bei mir auch schon mit Geld das läuft mit Level Up oder sowas das warte das kann sein ich guck mal grad ja ja doch das kann sein ich hab 16 von 20 und bin da fast voll mit dem Pfeil das passt ja würde jetzt würde jetzt hin wo bist du hin schon wieder ich bin nur ein paar Meter oben im Wald weiter gegangen ja direkt vor dir kommst du kommst auf dich zu ach da ach da weil du triebst Rathor musst du auffassen manchmal greifen die an ich weiß also die drei hören an ich weiß aber nicht wann die angreifen und warum also da die sind friedlich und auf einmal greifen die mich an ich weiß aber nicht warum muss man dann mal erforschen boah wenn du in die Dunkelheit siehst läuft sie ist ganz bitter richtig nicht mehr ja ich bin nur grade ausgegangen ich hab nichts anders gemacht ja das nur wenn du genau vor dem Wald bist dann kann ich dich nicht mehr sehen da ist es zu dunkel so irgendwie Fackeln mal machen aber dann brauchst du uns Steine ne ja Steine für die Flints ne oh 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 da ist was ich weiß ich seh dich aber nicht mehr hast du dich platt gemacht boah krass ich bin tot Rathor Level 14 ey krass ich glaub das Level hat aber nichts zu sagen von euch oh scheiße macht mich auch platt das weiß ich nicht kacke auch ekel irgendwas hat das bestimmt zu sagen das ist wenn du die ähm zähmen willst glaub ich das Level mach mal random oder was ja ne we spawn ja machst du wieder West 2 ja hab ich ausgelöst aber da steht random Location hinter in Klammern ja das ist aber wenn du die auswählst dann spawnt der wieder da wenn du aufs we spawn gehst dann können wir schon unser Zeug wiederholen wir haben jetzt alles verloren ne scheiße scheiße oh kommt der jetzt schon wieder die scheiße grenzt schon wieder ey kacke ich bin ganz woanders jetzt ey oh ich bin mir jetzt kalt meine Spitzhacke hab ich noch ne echt ja die ist noch hier oder ne die ist ja noch die ist ausgegraut die hast du nicht ach so ja stimmt hab ich nicht treff uns an dem grünen strahl im Himmel wieder ja ok das an welten ich seh zwei ich geh aber mal davon aus dass ich den meins weil der ist nie scheiße da sind wieder zwei Raptoren oder die Viecher man lauf jetzt mal am Strand ey ich seh sonst gar nichts ich hab aber Felsen gefunden jetzt oh da ist schon wieder so ein kleiner Pisser ne scheiße ich seh gar kein grün boah der ist voll weit weg der grüne Dings ich hoff ich lauf jetzt im richtigen ich hab nämlich bei mir hab ich zwei aber einmal ist der große Turm doch oder nicht ja da drüber ja oder meinste genau ich hab hier einen Turm mit grünen Strahlen und direkt daneben ist noch ein anderer Strahlen da lauf ich grad hin ja so ein blauer genau ne die sind beide grün ne bei mir nicht jetzt hat er aber gehakt gerade muss ich doch noch schwimmen ey schwimmen ist überhaupt keine gute Idee scheiße hier sind Felsen da komm ich gleich vorbei hier weiß kein anderer Weg dahin der friert sich schon den Arsch ab jetzt bin ich tired ach jetzt hängt das bei mir oh man alter wie weit ist denn hier bitte der scheiß See siehst du denn den großen Turm mit grün ja da bin ich da auf dem Weg hin ach du bist zum Turm ok ja ja noch gesagt dann versuche ich auch zum Turm ja ich dachte bei dem kleinen Strahlen aber dann komme ich auch zum Turm welcher kleiner Strahlen achso da ist noch ein kleiner grüner irgendwo aber das wäre in die andere Richtung gewesen da hab ich gedacht der ist weiter weg dann bin ich zu dem anderen gelaufen ok bei dem Turm bin ich auch gleich ja ich bin da ich komme im Wasser we are suffocating gibt's dann eher was soll ich denn machen kann er nicht mehr auftauchen ich bin gleich wieder tot schwimmen ist ne ganz beschissene Idee hast du wohl recht ja hast du das gefressen worden vom Hai ne ich ertrink jetzt gleich du musst im Space drücken dann schwimmt der richtig in die Luft ja witzig Junge wenn der keine Energie mehr hat dann kann der auch nicht mehr nach oben achso hier ist 1000 Meter Wasser zwischen so ungefähr mega behindert bin ich fast am Arsch nichts zu fressen keine Werkzeuge also ich bin jetzt ich seh den Turm ich steh direkt davor fast ja ich seh den Turm auch ich steh auch fast direkt davor ich schwimme auch nicht durchs Wasser ja du bist ja auch woanders gespawnt du Flaube ich bin den direkten Weg gegangen ja mein direkter Weg wär jetzt auch durch Wasser aber so ein kleines Stück ne bei mir ist mega weit ey ich merke die ganze Zeit da bin ich doch geschwommen jetzt quasi aus dem Arsch am Arsch am Arsch am Arsch am Arsch ah ein paar Berries das gut direkt mal reinziehen so kann ich meine Spitzhack fahren naja da fehlt mir noch eins hätte ich toll ey uauh tu ich im Boot so jetzt und ich hab auch ein Level Up hab ich noch nicht ganz so was nehm ich denn jetzt erstmal hier bist du an dem grünen Strahl direkt oder was ja da ist so ein See vor also so ein Fluss vor und da steh ich auf der anderen Seite vom Fluss Ich mach Sedge Foundation jetzt Und die Wände Mach das Ach komm, dann mach ich auch Doorframe You're cold Dann können wir dann gleich eine Hütte bauen, vielleicht schon So Da ist ein Felsen Yeah Hab ich hier auch Also dieser Strahl liegt ja von so einer Insel, ne? Oh, ich starving Da muss ich mal gerade sammeln gehen Ja, hier ist aber nix Drück einfach E, wenn ich da rumlaufe Das ist keine Insel Doch, bei mir schon Also ich bin jetzt bei so einem Bei diesem riesen Turm, ne? Das ist so ein Fliegeding Genau Da sind zwei so geneigte Felsen Ne, drei geneigte Felsen sind da, ne? Vier, fünf So große, riesen, große Felsen? Ah doch, vier sind das Die stehen da rum rum Fünf Genau Und, äh Ja, da bin ich Da ist auf der einen Seite ein kleiner Fluss Und da stehe ich auf der anderen Seite Da sind auf zwei Seiten ein kleiner Fluss Ich weiß nicht, wo du stehst Ja, wenn du an den Ufer kommst, sehe ich dich Ich stehe auch auf der anderen Seite auf dem Ufer Ich muss aber erstmal da oben Ja, ich gehe nicht davon aus, dass du da bei den Trizoraptoren rumhängst Trizoraptoren? Da sind zwei Trizoraptoren Da geht's auch nach oben zu dem Strahl Ne, da bin ich nicht Ja, das sag ich doch Auf welcher Uferseite stehst du denn? Auf der von dem Licht, oder? Ne, ne, auf der anderen Aber ich bin gerade oben am Hügel Aber wenn du da bist, dann komme ich runter sofort Ich muss nur Essen holen Ich gehe mal rum um den Felsen hier Vielleicht sehe ich dich auf der anderen Seite, ja Oh Mann, oh Mann, oh Mann Da komme ich wieder runter jetzt Ich habe also was gefunden Was bist du? Du bist ein Dodo Du kannst mich am Arsch lecken Noch ein Dodo Bist du doch da? Boah, ey Ich höre gar nichts erkennen hier Ich höpfe mal gerade Was? Ich bin gehüpft Ja, ich sehe keinen, der hüpft Lass mal alles wegziehen, was ich hier gefunden habe Untergefallen Können wir gerade rüber? Bist du den direkt beim Strahler hast? Nein, da ist er Der ist ja auf dieser fliegenden Insel Da sind aber Raptoren vor, meine ich Also irgendwelche Dinos So kleine, die Spucker oder so Ja, dann Als wenn ich auf den Strahl gucke Bin ich jetzt ohnmächtig geworden Bin wieder gekackt Ich bin ohnmächtig geworden Ich liege jetzt da Das ist super Da finde ich dich bestimmt noch besser Auf jeden Fall Wenn ich auf den Strahl gucke Auf das Fliegeding Ist links davon Ist links davon noch so ein Felsenberg Und dann kommt da rundherum nur mehr Und auf der rechten Seite ist halt Land Ja Oh, ich hoffe ich werde jetzt gleich wach Mensch Da bin ich auch Ich habe jetzt glaube ich die gleiche Sicht wie du Ah, jetzt bin ich wieder wach Okay Aber du bist auf der Auf der Wasserseite vom Ne, ich bin Ich war eben da wo das Wo diese kleine Insel ist Mit diesem Felsen Ja Da war ich Da komme ich gerade her Und jetzt bin ich Jetzt bin ich rechts Ja, rechts davon Wenn du auf den Strahl guckst Oh, Hunger Warte mal Rechts ziehe ich aber nur Raptoren Level up, nice Ähm Ähm Speer kann ich schon Ich glaube, mach mal ein Stein weg Mach mal ein Feuer Hast du ja nicht gemacht, oder? Ne, Feuer habe ich nicht gemacht Ich habe jetzt die Hütten-Dinger Wir müssen halt nur mal finden Dann dafür jetzt Ja, ja, klar Kann ich ein Speer bauen? Eine Torch Ich kann eine Torch bauen, ja Vom Dänischen Doorframe hat es zugemacht, ne? Pass auf, ich baue eine Torch Und dann leuchte ich nämlich Dann müsstest du mich sehen können Das ist ein guter Punkt Das ist mega hell So, warte Die mache ich auch mal an Ich weiß noch nicht wie lange die hält Wollte ich die sonst nicht benutzt, aber Ah, ja, ja, ja Ich will dich Du bist aber viel weiter weg Also wenn du das Ich hoffe, dass du das bist Ja, doch Jetzt laufe ich, ja Ja, ja, ja In welcher Richtung Wenn du jetzt über den Über den Fluss guckst Komme ich da angelaufen Ah, jetzt sehe ich dich auch Ich dachte, du bist viel näher dran Ne, ne, ich habe gesagt Ich bin nicht rübergegangen Ich bin auf der Flussseite geblieben Ja, hier ist nochmal ein Fluss Wenn du näher kommen würdest Hättest du gesehen, dass da nochmal ein Fluss ist Okay Ich gehe jetzt da am besten rüber Scheiße Verstecken können und Feuer machen Das ist gut Äh, geforscht Und, äh Und so ein Water Skin oder sowas Und wir müssen dann beide einen Schlafsack bauen Da müssen wir einen Monster töten Also die Dinos töten Das war Leder kriegen Da können wir aber auch die kleinen Dodos oder so jagen Das ist egal Die geben auch Leder Und, äh Dann haben wir einen Spawnpunkt Wenn wir dann verrecken Dann spawnen wir im Bett Bin jetzt Bin jetzt bei dir Okay Muss mir mal grad was Scheiße Jetzt regnet es auch noch Muss mal grad hier Holz sammeln Ich habe ja gar nichts mehr Ähm Ach, da oben bist du okay Hast du dir unten Steine mitgenommen? Ne Aber ich konnte keine Steine sehen In der Dunkel Hier aber nochmal hin Ich falle hier nochmal so einen Baum Ja Ich kann mir jetzt auch einen Speer bauen Jetzt gleich So Das Lagerfeuer ist gut Wir müssen dann Fleisch besorgen Und dann das auch braten Ja, deswegen dachte ich Das ist eine gute Idee Wenn du das nicht gebaut hast Alles gut Ich teame mal alles weg So Was habe ich denn jetzt schon wieder? Jetzt brauche ich noch Wut Und dann habe ich den Speer Oh, das ist die Konsole Die wollte ich nicht Äh So, Craftables Jetzt sind wir doch schon mal einigermaßen gut ausgerüstet hier Die Berries esse ich auch noch Mit rechts kannst du die Speere auch schmeißen Aber dann sind die halt Dann sind die weg Die kann man wohl zurückholen dann auch Ne Hat noch keinen Speer Ich habe jetzt erstmal Die Spitzhacke Musst du mir jetzt erstmal wieder bauen Hat ja nix mehr Wenn du richtig Wut sammeln gehst Das macht doch viel mit dem Mit dem Gewichtsding Ich bin immer noch auf der Seite von dem grünen Strahl Also wenn du da runter Richtung grüner Strahl läufst dann müsstest du mich sehen Da, hier, 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 hier Da, du läufst nicht zum grünen Strahl Hier ist der grüne Strahl Hier Also, okay Alter, wie mongolenmäßig der aussieht Alter, du bist ein riesen Speer, ey Ich kann da nicht auf Third Person gehen Ich sehe das nur in dem Inventar hier Ach, hey, K Da müsst ihr gehen, ja Oder was das war Komm, wir müssen uns aber überein Ich war Hunger gleich Ja, okay Dann würde ich sagen Machen wir die Folge zu Ende auch War ja ein sehr holpriger Start Ich denke, in der nächsten Folge versuchen wir einfach mal uns irgendwo eine kleine Hütte zu bauen Das war dann auch Huch gekackt, Junge, geil Wo ist meine Scheiße? Gut, ich bin wieder runter Die rollt da unten, ne? Gut, damit beenden wir dann die Folge mit Brennan und der Scheiße Scheiße, uh, scheiße Achso, tschüss Tschüss Tschüss